Ich bin deine Schwester. Können wir uns sehen? Die Schwester entführt. Deine Schwester? Ja, meine Schwester. Ich war 13, als meine Mama mir erklärt hat, dass du tot bist. Und dir war scheißegal! Das lag damals nicht in meiner Hand. Aber jetzt liegt es vielleicht in deiner Hand. Ob deine Tochter stirbt, verstehst du? Das neue Jahr fängt ja gut an. Alles im Griff. Ich nicht. Der Tatort. Am Mittwoch im 1 Festival.